Guten Tag meine Leute, stop right there, don't you woof, aber ich wollte doch nur eine begrüßung. Na gut, guten Tag, willkommen zurück zum Pokémon Free Gather Team Rocket Grunt. Cubone? Cubone. Äh. Ja geil, Leute. Geil. Geil gemacht, wirklich. Super. Super. Äh, Leute. Leer. Äh. You know what? Äh. Super Potion. Weil. Das bringt Rage. Junge, ich kill dich in einem Schlag, da hilft dir Rage auch nicht mehr. Just saying. Quote, oh mein Gott. Das war Destruction. Yay. Äh, Marowak. Oh, das könnte ja schon schlimmer ausgehen. Oder auch nicht. Nö. Nope. Pff. Okay. Drowsy. 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 Wage es ja nicht, mich einzuschläfern oder so, weil ich beiß dich jetzt. Oh ja. Oh ja. Don't, please. Ich bin mal nicht so. Okay, wir sind... Hey, revive. Cool. Pff. Wir sind jetzt bei Giovanni angekommen, aber nein. Nein, 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 nein. No, 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 no. Wurde das Labras schon, äh, okay, das Labras wurde anscheinend schon genommen. Passt. Jetzt muss ich mich mal heilen. Oh, wo war das, wo war das, wo war das? Da. Okay. Hier läuft halt. Danke. Okay. Das heißt, ich bin jetzt derjenige, der Giovanni in den Arsch treten kann. Woho. Aber gut, mit nem Trop-Trop. Giovanni ist ja der Bodentyp, also... Ja, ich glaub, der hat das keine Chance. Bingo. Ich werde einfach Miyamoto in die Front hauen und gut ist. Na gut, Boss Giovanni. Nido-Rino. Ha. Ha. Ich hätte... Eher mit Twingish anfangen können. Obwohl auch nicht, weil Twingish ist zu schwach. Ja, das geht auch noch viel wie Attack. Ja, weil's das bringt. So, überhaupt nicht. Water Con, whatever. Ja. Nido-Queen. Ja. Versuchen wir mal Twingish. Versuchen wir's mal. Versuchen wir's einfach mal, ne? Dick. Yeah. Das ist ja zum Teil auch Gift, also ist das auf jeden Fall das Superfekt Poison Sting nur. Ist doch so ein schwacher Move. So lange du mich nicht vergiftest. Okay. Ja. Just keep digging. Mit der Strategie könnte Twingish sogar... Oh, Bodyslam. Oh Gott, das könnte du da schon. Pfff. Tail Whip. Tail Whip. He he. Ja, okay. Also... Ich glaub, das sind nicht... Oh, mein... Ja, Twingish, das war's mit dir. Hast dich gut gehalten, muss ich schon zugeben. Äh... Yo, Mama sollte auf jeden Fall irgendwas von dem Viech aushalten, also... Äh... Headbutt. Wow. Da mach ich mir Sorgen und dann... Egal. Just kill it. Da ist mir jetzt auch Poison Point egal. Es ist besiegt. Boah, Alter. Kangishkan. Oh. Oh. You know what? Ich bin dumm. Ich bin richtig dumm jetzt. Ich bin richtig dumm. Das hat... Ich weiß jetzt nicht... Es ist auf jeden Fall vom Typ nun mal... Aber ich hab nur Ghost Moves. Damn it. Na gut, dann wird Damon wenigstens aufgelevelt oder so. Los, yo, Mama. Go, do that. Okay. Wow. Wow. Hm. Naja, ich könnte mal... Oh. Hi. Critical Hit. Alter. Weißt du was? Einfach Jorn. Das heißt, wenn ich dich jetzt nicht gleich kille, dann... Mäh. Uh. Oh, wow, wow. Oh. Haha. Yeah. So macht man das. Aha. Oh, shit. Rage. Wow. Wow. Rage is building. Ich soll's sch... Du hättest weiter Rage einsetzen können. Wieso Tail Whip? Wieso Tail Whip? Daemon. Yay. Ah, Rhyhorn. Hm, ich will nix sagen, aber... Hm, mir am Rutschor. Tja. Tja. Ah, I lost again. Yup. Daemon is evolving. Wow, wer hätte gedacht, dass das der Kampf ist, hm? So, Flasti, jetzt kannst du dann gleich mal schauen, wie du das Kackvieh weiterhin Gengar entwickelst. Haunter. Ich mein, Haunter ist jetzt nicht so ein schlechtes... Shadow Punch. So, äh. The user throws a punch from the shadows. It cannot be evaded. Just Nightshade? Damn. Shadow Punch. Hm. Blast it all. You will do our plans for Sylph. But Team Rocket will never fall. Snuskay, never forget that all Pokémon exist for Team Rocket. I must go, but I shall return. Okay. Hey there. Oh dear boy, thank you for saving Sylph. I will never forget you saved us in our moment of peril. I have to thank you in some way. Because I am rich, I can give you anything. Wow, was für'n Arsch. Here, maybe this will do. Master Ball, oh yeah. You can't buy it anywhere. It's our secret prototype Master Ball. It will catch any Pokémon without fail. You should be quiet about using it though. Wenn ich jetzt die Original Version spielen würde, könnte ich einfach unendlich Master Ball haben, nach dem Missing No Glitch, aber hab ich nicht. Thank you for rescuing all of us. We from the President down on high, debt to you. Ah, whatever. Los, tote Stringers. Escape. Thanks. So. Jetzt, da wir das geschafft haben, ist endlich mal Team Rocket für eine Weile weg. Das ist geil. Das ist richtig geil. Muss ich schon mal sagen. Das ist geil. Das ist geil. Okay. In einem dieser Häuser? Ah ja. Da ist es. Du. Äh. Ja. TM29. Psychic. Äh. Kann das irgendjemand im Team lernen? Hm. Daemon? Yo Mama? What? 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 Ich, hä? Äh. Ich könnte aufs Noah sowas von verzichten, aber... Aber... Warte mal. Yes. Ähm. Lass mich mal schauen. Äh. Special Attack 66. Und... Du hast eine Special Attack von... Nee. Also wenn, dann würde ich es auf jeden Fall Damon beibringen wollen. Nein. Ah. Menüs. Don't do that shit. So wenn, dann Damon auf jeden Fall. Lärm Psychic. Ja, ja. Do that. Spide. Also Confuse würde ich auf jeden Fall behalten. Leak vielleicht auch. Spide ist eher unnötig hier. Also... Lärm Psychic, Junge. Oh yeah. Mal schauen, was haben wir denn noch so für TMs? Das wird jetzt einfach die TM-Runde noch. Snatch-Death-Attract... Torment... Rock-Tomb... Shock-Wave... Brick... Oh. Brick-Break. Yo Mama. Learn Brick-Break, bitch. Heiliger. Äh. Snor. Ja, Snor. Weg. Da liegt einfach da und leernst... Jo Mama hat Swag. Wirklich. Okay. Ähm... Giga-Train. Nee. Hm. Hm. Nein, das ist es mir auf jeden Fall nicht wert. Ähm... Yeah. Warte mal, sind wir geheilt? Glaube ich nicht, also... Oder... Habe ich gerade geheilt? Ich glaube, ich habe sogar... Alter... Ich vergesse es immer. Äh. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach schon mal in die Arena und... Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Arena und machen Sachen. Ja, Damon braucht auf jeden Fall jetzt im Moment das meiste Training, also... Whatever. Hey, 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 du da. Sabrina ist jung, bitch. Sie ist auch als highly skilled leader. You won't reach her easily. Ja, wegen ein scheiß Teleport und überall. Bäh. Cameron. Slowpoke. Huh. 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 Well, I'm switching out. Zu... Yo, Mama, whatever. This... Ja, it's good. Just... Bonk. Water. Okay. Oh, Bonk. Okay. Noch ein Slowpoke, huh? Okay, wenn du meinst. Äh, nochmal Yo, Mama, komm schon. Yo, Mama kann Slowpoke... Der kann sich einfach draufsetzen und ist fertig. Will immer mit Disable anfangen, das wie... Watergun... Confusion! Ja. Zum Glück habe ich so hohe Spezialdefensive für Yo, Mama. Slowbro! Oh, 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 okay. Okay, ähm... Ich würde sagen, damit... Wende ich diesen Part und... Flaust dir viel Spaß mit dem Slowbro und Sabrinas... Äh... Arena, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!